ja 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 herzlich willkommen zu einem neuen ganz kurzen video das werde ich nicht so lange halten denn es gibt nicht viel also auf einem server viel auf den anderen eher weniger zu berichten ja wir sind hier auf server 19 bei meiner cancelled und ja wir haben auf dem lehrmeister jetzt 100 prozent endlich erreicht und ja wir haben heute sechs oder sieben ausbaustufen im mitglieder lab mitgemacht also in der festung und ja laden auch häufig ein und jetzt morgen oder übermorgen werden festung auf 50 euro gebracht und dann kommt der gold bonus ich kann euch ja noch mal die liste zeigen diese zeit immer so toll aus weil schon wieder dazu gekommen sind king gold also sind nicht mehr viele leute dabei sind immer weniger das heißt die chancen werden größer an die gilt zu kommen ihr könnt euch natürlich weiter bewerben wenn ihr 30 bis 50 prozent reite besitzt aktivität habt na das ist bisher in der ganze gilde von den einen mehr bei den anderen weniger aber generell sind alle aktiv gold spendet auf jeden fall denn wir müssen vorankommen wir sind einen der besten gesten besten bilden auf dem server was ich nicht erwartet hätte ihr seht schon allein von der festung her sind wir stark und auch vom lehrmeister her also da ein so gut wie gar keine gilde 100 prozent hat oder rates geschafft hat haben wir eigentlich schon ziemlich hohen boni bei manchen ist es immer nicht bekannt rollausbau im sechsten dritten jahr aber vom lehrmeister her sind wir noch gut dabei für den kompletten server deswegen dass es klappt schon mal super hier wie gesagt voraussetzung erfahrungsspiel ist natürlich auch vorhanden seien nicht dass ihr mit vier prozent sammler herum rennt und das minus level 32 wenn ihr noch darunter seid ein bisschen nehme ich das an aber level 10 ignoriert größtenteils da könnte ich mich auch leben aber das muss nicht sein gut da schauen wir uns mal ganz gut die challenge an Prozent ja joshi 37 3 Viertel 59,4 7 Prozent Album war sammler 60 um 14 Dungeons der kann noch zwei machen also ich habe auch schon zwei mehr äh xxx also Eye Weapons 54,41 Prozent Album 15 Dungeons und ja Stufe 38 zwei Drittel ah der bessere Clip als ich und dann komme ich die momentane Nr.1 auf dem S19 Server unserer Mini Challenge 66,8 2 Prozent Album und 39,5 sage ich jetzt mal ist ja fast die Hälfte fehlen noch 71 da also ja also zur Hälfte sind es noch 6100 ungefähr ja 6100 und ja mein Graf geht noch zwei Tage das gilt aber für alle Challenge Teilnehmer aber wie ich ja so gerade sehe habe ich ja so einen kleinen Vorsprung meine SA ist auch schon ziemlich stark und ich werde es auch weiter füllen deswegen werde ich meine Pilze jetzt sparen die ich jetzt bisher also die ich jetzt weiterhin bekomme äh außer ähm Tobi holt sich jetzt hier mit voller Alu Power den Rang 1 wieder zurück denn ich habe in seinem Video gesehen hat man ein paar Pilze die habe ich aber nicht weil ich direkt für Alu ausgeben habe ohne Kompromisse ja mein SA sieht sehr sehr gut aus also das wird noch weiter gefüllt aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr gehabt ich habe vorhin noch ein bisschen Fernsehen geguckt und ja Magier sieht auch sehr schön aus die sind halt noch schwer zu bekommen weil es noch weil ich die Leute in dem Levelbereich einfach nicht schaffe weil ich einfach schlecht gespielt bin hier auch schon so gut wie er oben beim Kundi dasselbe fehlt mir noch eine Waffe und dann die hier ja das happert an den Monstern da habe ich am wenigsten wo man theoretisch eigentlich am meisten hat aber das kommt ja automatisch das heißt ich habe eigentlich schon ein sehr starkes Album wenn das dazu kommt dann sind das nochmal sagen wir mal 100 Bilder mehr wenn man jetzt die Raids und so abzieht das sind dann auch schon wieder 70-75% und ich mache ja auf jeden Fall noch weiter hier ähm ja das war eigentlich nur so ein ganz kurzes Update zu Server 19 und ja dann verabschiede ich mich erstmal morgens wieder Schule morgens streiken sie nicht mehr aber das soll mir auch egal sein ich verabschiede mich wir sehen uns dann ä 1941 Freitag wieder mit einem Check and Fidget Video heute wird ein Blood Mood Paar also ne morgen morgen wird ein Blood Mood Paar kommen und Freitag dann wiederin ja gut ich verabschiede mich ich bin schon leicht ermüdet und ja wir sehen uns dann bis denn tschöööö Vielen Dank.